Der G20-Gipfel in der türkischen Stadt Antalya. Alles wartet auf die mächtigsten Politiker der Welt. Doch statt Obama und Putin tauchen plötzlich drei Katzen auf. Eine nach der anderen erkundet das Podium, während die Kameras der wartenden Journalisten bereits laufen. Die Aufnahmen der drei Streuner gehen so um die Welt und werfen die Frage auf, wer hier eigentlich wen in den Schatten stellt. Geht es nach den sozialen Netzwerken, stehlen die Katzen jedenfalls allen die Show. Ihr Auftritt ist einer der meistkommentierten des G20-Gipfels.